Was ist die entscheidende Weichenstellung in seinem Leben? Die entscheidende Weichenstellung in seinem Leben war eine intensive Beschäftigung mit der Bergpredigt Jesu im Jahr 1932, vor dem Beginn des Naziregimes. Und da lernte er sich ganz in einen biblischen Text zu vertiefen, ihn zu meditieren, nicht nur die Bibel so zu lesen, wie man andere Bücher auch liest, sondern sie innerlich in sich aufzunehmen. Und daraus hat sich eine eigene Form evangelischer Frömmigkeit entwickelt, die er dann in der Zeit, in der er ein Predigerseminar der Bekennenden Kirche leitete, weiterentwickelt hat. Das hat er auch schriftlich niedergelegt und es hat ihn gehalten und getragen bis in die Zeit des Gefängnisses hinein. Er hatte einen klaren geistlichen Rahmen für sein Leben. Wie wichtig ihm das war, kann man jetzt an einem neuen Dokument sehen, das gerade eben erst entdeckt worden ist. Und das ist nichts Geringeres als ein Brief Dietrich Bonhoeffers an Mahatma Gandhi vom Herbst 1934, in dem er die Frage stellt, ob er Gandhi in Indien besuchen und mit ihm zusammen in seinem Ashram leben darf. Weil es ihm vor allem darum ging, etwas aus der fremden Spiritualität, dieses Hindu, für seine christliche Spiritualität zu lernen. Denn er war davon überzeugt, dass in der politischen Katastrophe, die er vollkommen klar heraufziehen sah, nichts anderes helfen würde als eine Erneuerung der Spiritualität. Und er war davon überzeugt, dass in der politischen Katastrophe, die er in der politischen Katastrophe,